Also er hat mich einfach hoffiert. Ich habe ihm mal meinen kürzesten Lieblingswitz erzählt, also es gibt längere, die besser sind, aber der kürzeste. Und dann sagt er, ja wie geht der? Dann sage ich, da kommt ein Jude ganz verärgert nach Hause und da ist sein Bruder und sagt, warum machst du denn so ein Gesicht? Ja, sagt er, ich habe den Rabbi gefragt, ob ich beim Beten rauchen darf und dann hat er gesagt, auf gar keinen Fall. Dann sagt er, du Depp, du hättest fragen müssen, ob du beim Rauchen beten darfst, das hätte er dir immer erlaubt. Das ist für mich die Erfindung der Dialektik. Man muss dem lernen, die Frage richtig rumzustellen.